Was ist bei uns die Experienz-Klient? Das ist bei uns die Experienz-Klient. Wir sind auf den Dossiers freuen, also für uns ganz wichtig, für Syrien dort zu sein, sie zu gedehren, an ihnen nur zu lauschen. Wir wissen, dass Verschiede von Syrien nicht immer einfach sind und in der Welt der Sicherheit und soziale komplizieren das. Und genau da wollen wir helfen.